ist ja schon so das vierte bitte soo P-Middle Slash P-Middle Lunchbox 2 ja ich weiß es kostet auch 10 Euro 10 Euro? Bei uns kostet 5, ob 4 sind schlecht 10 Euro was kostet der kennt sich aber aus also ich glaub 10 Euro also 3,5k für dich dann über was redet ihr gerade mit 10 Euro? wer hat den Spawner? also er hat den Spawner und ich hab das Geld du hast das Geld, du bezahlst 10 Euro, das ist doch eigentlich Standard 35 und du nimmst die komplette 10% oder wie? manchmal ist auch gestreckt ja was willst du denn Gras strecken bitte? ja, ist egal wer wollte mit dem nennen? du oder er? ich wollte du wolltest dann müsstest du zahlen außer wenn ihr beide wollt so es geht also 33 für den Spawner ne 35 35 gut dann zahlen wir 38,5 no wer sind das 7 ne doch ne ja alles gut ok rechnen sollte man können ja ja sorry bei den 10% ausrechnen bin ich aber ganz fix kurze Frage von euch braucht ja keiner zufällig ein GS mit 3 Spawnern wahrscheinlich was kostet das GS denn? ich brauch 2 ich brauch ich brauch ich sei 10,5 deswegen wahrscheinlich ja was kostet das GS denn? was bezahlst du? Geld Geld ja sag mal was solltet ja schlag mir den Preis vor es ist halt ein leichter Spawner ist halt ich halte sozusagen Abkaufen ey ich geb den Achtung dafür wie viel willst du? ab mir ist es egal ne ja ok kriegst 1000 die ist es egal die ist es egal nein ich meine so solang es sich zu unter nem tauscht du gegen ne keine Ahnung hab ich irgendwas besonderes tauscht du gegen was? ja du müsstest schon ein bisschen sein Blazack Minimi Tigger ist auch im Channel achso du bist auch im Channel ok er hat gezahlt ja dann sag mir den Preis den Spawnern liegt es dagegen ey kass ja sag mir den Preis ja sag mir den Preis dann sag einfach mal das würde es auch für Geschenke ja dann halt nicht Minimi hörst du mich? ich sag einfach mal einen ganz großen Preis und dann gehen wir immer weiter runter ok? hat der Talk Power? ne warte nicht achso ich hab grad in 3 Minuten 1 Million ja ne dann nicht so hallo Minimi hallo hallo ja er hat also 8 also er hat 35.000 für dich getragen nein Spaß ähm wer das GS fällt vielleicht kaufen würde sag mir ähm jetzt kannst du den Spawner in die Kiste legen hab ich gut so du kriegst 35.000 das ist richtig ja also 80 Minimi Tigger wie ist du denn? genau ey 35.000 sag mal ungefängts jo ich danke auch ich kann ja nicht so viel bieten dann sag mal wie viel kannst du mir nur bieten? es ist weit unter der Hälfte ich kann 4 remove Minimi Tigger weiß ich K würde ich bieten ja ne user left your town ne mehr ich und wieder ja klar und wie gesagt ich spekulier auch dass die Spawnerpreise wieder sinken und dann sind die Gäste nichts mehr wert äh wie fängst du an? B.A. 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 ?! B.A. B.A. Ich will ja mal ein Musikbord reinpacken oder so. So. Danke für die Mitglieder. Ja, mal als ihr braucht noch einen Spanner. Ich hab noch.